Ich habe da in meinem Archiv wieder etwas gefunden, das passt glaube ich gerade gut jetzt rein in die Adventzeit, das heißt auf der Ofenbank. Wenn es schneit, mag ich gesund sein oder krank, da zieht es mich allerweil hin zur Ofenbank. Und höre ich, wie die Scheiter krachen, dann ist mir, als würde der Ofen lachen. Kann auch nicht mit uns reden, spürst du dich, dass in ihm ein Leben steckt. Und ist allein aus Lärm und Stein, in seiner Nacht fühlst du dich einfach nicht allein. Auf seiner Bank kommst liegen oder sitzen und siehst du das Fenster, wie voll die Flocken. Und bloß dazu noch der kalt Wind, dann ist mir gerade das Platz, das liebste Kind. Denk auch nette Sachen und Geschichten, du machst manchmal auch, wie sie, selber was dichten. Darin macht Kurioses oft mit offenen Augen. Du gehst in der Welt, dass ich alleine schaue. Und ist die Welt auch voller Lob, so Lob ist mir, mein, bald ist dumm. Da kann mich keiner umlupfen und schon gar net ameinander schupfen. Ich muss auch net alles haben auf der Welt. Was nützt mich schon, eine Sache voll Geld? Wenn du auch eine Freude hast in der Brust, hast du nicht so Lust, wenn du unsfried bist. Und trage es auch net allerweil Wein und Schinken. So tut es um für mich net sinken. Sie schenkt mir allen Gott sei Dank, solange ich schnaufen und liegen kann auf der Ofenbank. Ja, ich glaube, das passt schon. Und jetzt muss ich einen guten Schickel, die Sitte wollen weintrinken. Prost! Ah, das ist schon gut. Ja und so sage ich wieder, wie allerweil, Pfiatdenk alle miteinander und bleibst mir gesund. Dem Mann. Ja, das geht um die Euro, die aucune Nahrung war oder noch nicht. Das geht um die Euro. Ein Sitzung.